Hallo, hier spricht der krasseste G. Ich sag dir, ich hasse dich, Beach. Der krasseste Rapper, das bin ich. Ich bin ein Christ, ich faste nicht. Ich steh im Licht, und zwar das mit der Rampe. Warum ist die so groß? Diese Lampe. Es ist so laut und so hell. Meine Tracks, das ist, was mir nicht gefällt. Das hier hab ich sicher nicht geschrieben. Eine goldene Platte tu ich sicherlich verdienen. Für diese musikalische Überlegenheit. Ich kann nicht so gut überlegen. Nice, das war nur ein Zweckreim und noch zwei Zwecklimes. Das ist ein extrem schlechter 16a. Mich dissen, das kann echt jeder. No more.